Morgen ist Weltwassertag. Wasser, das war in Bayern immer eigentlich reichlich Luxusware. Dem einen hat es fast zu viel geregnet, unsere Flüsse und Seen waren voll, wir haben uns damit eigentlich nie groß beschäftigen müssen. Seit einiger Zeit ändert sich das. Wir müssen Niedrigwasserberichte machen. Wir stellen fest, dass die Temperaturen in Flüsse und Seen jedes Jahr steigen, dass gleichzeitig der Pegel zurückgeht, und zwar deutlich, auch beim Grundwasser, dass wir zum Teil schon Wassernot haben, insbesondere in Nordbayern, und das sich auswirkt dann auf die landwirtschaftliche Produktion. Das heißt, die Auswirkungen des Klimawandels auf unser Wasser sind nicht Themen, die irgendwo in der Welt, in der Wüste und in anderen Gegenden ein Problem sind, sondern direkt bei uns. Das heißt, wir müssen an diesem Tag des Wassers auch genau überlegen, wie wir gegensteuern, wie wir diese Qualität erhalten. Und deswegen brauchen wir eine Wasserstrategie. Wasser sparen. Nicht einfach so bedenkenlos Wasser nutzen. Dazu gehört auch, dass Wasser wertvoller ist für jeden Einzelnen von uns, dass wir Wasser effizient nutzen müssen. Beispielsweise, indem wir es aufheben, indem wir mit Regentonnen arbeiten und jeder bei sich auch Möglichkeiten nutzt, Wasser dann entsprechend zu verwenden. Und es kommt auch darauf an, Wasser zu leiten. Und zwar so in Bayern, dass wir an den Stellen, wo wir mehr Wasser haben und an denen, an denen wir weniger Wasser haben, einen entsprechenden Ausgleich finden können. Der Rhein-Main-Donau-Kanal übrigens, was die meisten gar nicht wissen, ist eine Wasserstraße. Aber fast weniger für die Schiffe als für die Umleitung des Wassers von Süd nach Nord. Und deswegen werden wir uns in diesem Jahr in Bayern und für Bayern mit einer Wasserstrategie positionieren, die der Herausforderung des Klimawandels trotzen soll. Bei Wasser geht es nicht um eine Geschmacksfrage, welches Wasser ich gern hätte. Bei Wasser geht es jetzt nicht darum, nur in der Welt zu reden. Es geht um unsere Versorgung mit Wasser in Bayern. Wasser wird auf Dauer wertvoller als Öl. Wasser wird auf Dauer auf Dauer auf Dauer auf Dauer auf Dauer.